Aaaaaah! Herzlich willkommen, das ist die Premiere von What the F***. Also, eigentlich What the F***. Und zwar kannst du jederzeit hier unten, genau hier unten im Video kommentieren, deine Fragen stellen im nächsten Video, beantworten wir dann auch dir. Und jetzt ist es Zeit für die erste Frage, das ist ja. Aber dann brauchen wir noch eine passende Stimmung. Drum und wirbel für die erste Frage. Und... Aaaaaah! Girl-Underline-Isa-Underline-Underline-Shelker, hast du mir zwei Energy Star-Night-Tickets? Die Party ist leider vorbei, nein. Kannst du nicht. Ich kann nicht, auch wenn ich will. Jetzt haben wir die Frage. Kommt es von der XXTanyaXX. Und sie möchte von mir wissen, Mossir, wie sieht deine Verlobte aus? Ich habe nichts von mir. Krass, ich stelle schon. Wir können Zeit für diesen Schnappen. Und jetzt bei meinem Arbeitsplatz von mir schätzen, von mir Verlobte. Ich würde es dir gerne vorstellen. Ta-taaaaah! Ha-ha-ha! 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 Das ist ein körtlicher Güttel. Ich habe noch nie die Kurve gesehen. Stopp das nochmal. Komm! Say what? Mirko-Underline1993 fragt, Schelker, hast du mir zwei Energy Star-Night-Tickets? Nein, Mirko, habe ich nicht. Frage an mich. Lara Ferrero schreibt an Facebook, Simu, Schelker hat mir nie Energy Star-Night-Tickets. Hätt Sturmrecht. Ja, klar. Kann ich nicht. Komm gleich, bleibst du genau, wo du bist, wir weggehen. Jetzt haben wir doch Zeit, es gibt keine Tickets. Hey, Schelker, was tust du so kompliziert? Was ist sie? Zwei Energy Star-Night-Tickets und unsere Noben-Obfrau Ferrero suchen. Voila! Hallo! Bist du Clara Ferrero? Ja. Die, die wir geschrieben haben, auf Facebook? Mhm. Da werden wir nicht zu Energy Star-Night-Tickets. Das ist die Arzt! Nein! Kommt vor! Jenny-Underline-Lani fragt, Schelker, kannst du wirklich Panflöte spielen oder ist das aber Fake im Radio? Was für eine Frage? Nichts ist Fake im Radio. Ich habe sogar schon mein eigenes Musikvideo gemacht mit Panflöten. Schau! Hoi! Geh-rei!